So, ich befinde mich jetzt hier im sonnigen Ungarn. Heute ist die Sonne hier dann auch hervorgekommen am Balaton. Im Hintergrund sehen wir den wunderschönen Balatonsee. Und so langsam füllt es sich auch hier. Also so langsam, so ab 1. Mai wird dann hier die Saison so richtig losgehen. Und ja, dann ist auch Balaton Furet wieder richtig belebt. Die Geschäfte, die Restaurants, die Cafés, da ist dann wieder richtig was los. Und jetzt kann man hier noch wirklich die Ruhe genießen, die Ruhe vor dem Sturm. Ja, im wirklich wunderschönen Balaton Furet die ersten Sonnenstrahlen hier genießen. Und einfach mal die Seele baumeln lassen beim Spaziergang hier an der wunderschönen Promenade. Und in dem ein oder anderen Café einfach mal einzuhalten, lecker Cappuccino trinken und ein dickes Stück Tochter.